Oh du lieber Busfahrer, 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 oh du lieber Busfahrer, Busfahrer. Das ist so geil wie der da hinten drunter steht, so voll Boss-like so, ich steh jetzt in die Schinne. Oh die laufen Wäsche, hoffentlich knallen die nicht auf mich. Oh hier ist ne Mischen, da würde ich jetzt nicht durchfahren, die ist genau in dem Ort. Sind da NPCs? Warte. Ich war einfach voll durch Junge. Jo, aber rechts sind ja jetzt und direkt auf der Straße jetzt, direkt auf der Straße. Ach du Kacke, ach du Kacke. Kannst du mal die, die sterben, wieder in den Bus reinholen? Ja. Ja. Ah, das war fehl. Ja, die Eventmaster kommt schon und tötet die alle gerade. Das war ja ein bisschen fehlgeplant. Die ist die, die gerade gespawnt ist, ne? Ja. Kannst du sagen, wer läuft denn da, Alter? Einfach alle, die gestorben sind, wieder musste ich den Bus reinporten und den reinziehen. Ja. Wie geht denn das immer? Du gehst auf meinen Namen und machst Move in Target Vehicle. Okay. Und wenn du in dem Bus dringesitzt, holst du die, die gestorben sind, machst du Move in mein Vehicle. Die Move in Target Vehicle? Du musst auf meinen Namen klicken und ich dann in den Bus reinmoven. Was machst du? Ja, geht halt nicht. Ist voll irgendwie. Echt? Also ich kann hier nicht auf Move in Target Vehicle. Ich krieg grad auch die Wild. Ah ne, der Dings macht schon. Ja, freut die gerade her. Okay. Kommen noch mehr Tote? Jo, die machen gerade respawn. Einen Moment. Ja, wie das mit dem ESP aussieht, ne, das geht ja nicht mal so nach rechts, sondern nach oben. Mhm. Jetzt ne gerade, das sieht so gut aus. Siehst du das auch oder ich? Ne, ich hab das alles aus, weil ich aufnehme. Okay. Was? Du nimmst auf. Hm. Ich glaub, der Bus ist voll. Oder ne, doch nicht. Geht. Jetzt fallen die Toten aus. Jo, ich, ich port dich gerade. Sind wieder alle dring? Also, sind alle dring? Jo, können wir da gehen. In der AI-Vision. Warte. Wo ist denn dieser Staat? Da irgendwo hin. Warte ich. Nein. Aha. Das war die falsche Richtung. Haha. Hallo. Machst du mit oder willst du da ruhig? Oder willst du auf die Zuschauer oder was willst du machen? Ich geh auf die Zuschauer oder was willst du machen? Ne, ne, ne. Sarah. Sarah will da rein. Okay. Achso, willst du auf die Zuschauer zu gehen? Warte. Ich port dich schnell, Sarah. Nein, sagst du. Warte, Sarah, ich port dich. Nein, ich bin nicht auf der Tribüne. Nein, ich bin nicht auf der Tribüne. Nein, ich bin nicht auf der Tribüne. Ist da unten mit Torque Power oder ohne? Schieb mich mal rein. Ja. Also jeder kann sprechen, ne? Ja. Kann ich nicht rufen, tut mir leid. Das war mal ein Fehler. Malzeit. Hilfe. Ach halt. Ja. Oh, das wird ein Fest. Wie viele Leute sind das eigentlich hier dabei? Der Bus ist fast voll. Zwei oder drei Plätze sind nur noch. Ja, die erste Leute, die sie stecken. 18, 17, 17. 18, 17, 17. 18, 17, 18, 18. Herr Feder, machst du mal die Mauer hier vorne weg bei der Kuppel? Oder muss ich es nicht entlegen? Ich弟 noch, ich herzlich k Robotik. Ich euch nicht entlegen, bitte... Dacht er, dass es die. Ey, die andere Seite. Ich bin so schlecht aus Verantwortung. Müsst ihr das dann auch tun, Scheiße? Müsst ihr das dann alles händisch abbauen oder gibt es da einen Command für? Das können wir alles mit einem abbauen. Okay. Also ich habe das heute mit aufgebaut. So ein bisschen arbeitsneu ist, habt ihr zwar schon eine Challenge gemacht, Alice? Damit wollen wir eine Base bauen. Gab es ein schlimmer Flüssig, ne? Ja. Los. Schnell die zwei frei wenden. Labyrinth. Oh, Labyrinth ist auch geil. Ihr müsst auf den Dingern bleiben, ne? Ja, ne, ist klar. Alter, das Ding ein Wendekreis, ey. Hey Toast, hey Toast, deine Leute sind ganz schön frech. Wieso? Erster. Gibt's nicht das heute für ein Gerücht. Gibt's nicht. Wo ist alles? Abgelehnt. Da lacht wer. Ja. Es gibt Menschen, die lachen. Also, ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn irgendwas noch offen ist? Warte, ich mach nochmal ins Tor gerade. Ich mach gerade mal hier. Kuchen! Ja. Leider nein. Kuchen! Ich hab keinen Kuchen. Oh. 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 Würd ich sagen... Kann's losgehen, ja? Oder was? Ja. Würd ich sagen. Warte mal, ich mach die Tür weg. Ok. Auf geht. Nein! Ich hab keinen aus Vollgas. Oh. 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 Wir müssen die... Nein! Ist das ein Scheiß? Nein! Was wird los denn? Scheiße! Oh, ich glitsch hier fest! Ich wacke! Nein, ich hab's geschafft. Ja, diejenigen... Ja, ihr müsst wieder zurück zum Anfang. Es bringt nichts hier drin, was rumzulaufen. Wohl lang geht's lang? Links rum oder rechts rum? Ja, egal. Ihr müsst auf den Bauern laufen. Es führt eigentlich fast alles zum Ziel. Ja, auch nur fast. Wer ist denn da grad totgeglitscht? Hilfe! Oh, fuck! Nein! Das war ein Fehler! Wo, wo komm ich denn hin? Wir müssen zurück. Wo geht's denn zu einem? Drei, drei Leute! Drei Leute! Wo geht's zurück? Ja, außen rum immer! Außen rum immer! An der Welt! An der Welt! Oh nein! 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 Nein, ich fliege! Wohl! So. Wohl! 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 Das sieht so geil aus! Nein! Nein! Ich hab gewusst! Du, du... Ja! Wohl! 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 Ich bin da! Wohl! Ich bin da hin gefangen. Ah guck mal, wir haben schon einen Favoriten! Schon da vorne! Wo ist er denn? Ja, wie kommt denn hier wer raus? Nein! Ok, Leute schubsen funktioniert nicht, da... Der, der sich bewegt fällt runter! Hä? Oh, vorne ist momentan... Ist das Michael? Ja, Michael ist vorne. Alter, ich... Mann! Ich konnte das auch mal besser! Oh! Ich gletsche hier rum. Go Fader, go Fader, go Fader. Ach scheiße. Ich bin da jetzt. The fuck. Mach mich von, ich zieh dich. Oh mein Gott. Scheiße, nein. Das ist okay. Also wir haben alles getestet, das funktioniert alles. Insofern. Oh, ich sehe gerade unter der Leiter. Los, Fader darf ich gewinnen. Ja, die Leiter ist doch ein bisschen problematisch. Ja, ähm. Ich schubs dich, ich schubs dich. Malz. Wenn ihr Essen und Trinken braucht, dann bitte Bescheid sagen. So, wer ist jetzt, wer ist jetzt gerade gestorben? Malte. Ich bin auch gestorben. Wer ist ich? Komm und mich bitte tippen. Ghost, oder? Malz, ich schreibe, bitte. Ich muss nur sagen, weil mich ist und ich ist. Oh, Braille wieder, ey. Ja, ich hab hier, Sonic. Ja, schreib's da rein. Eppiabutscher. Wo ist er denn? Alter, wie die Leiche dazwischen den scheiß Treppen liegt. Oh mein Gott. Ich bin im Moment so der Muflitz-Gruppel. Perfekt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur fünf Leute in diesem Channel reden und die anderen in die Fresse halten. Die sind konzentriert. Die sind konzentriert. Ja, die ist es. Ich bin zwischendurch die Treppe gerutscht und lebe noch. Was war das? Ja, brain, yo. Müsste manchmal mal gepillt werden. Du müsstest mal die ganzen Leichen hier löschen. Scheiße, einfach. Oh, da vorne geht's aber. Diese Treppe. Die Treppe ist brutal. Verdammt, ey. Dass der Nächste jetzt okay möchte. Ja, ich bin da. Nein, nein, nicht baggen. Nicht baggen. Nicht baggen. Oh, Feder geht hier lang, durchs Gebäude. Nein. Ah, ah, ah. Basin ist hier vorne. Ja, fuck. Oh. Wer hier so gehockt langscht. Ah, echt. Müsste mal tippet werden. Soll ich bitte in den Chat reinschreiben, weil, äh, seit 20 Leuten im Channel, das ich immer mal... Nein. Nein. Jum. Ja, das sieht ja aus. So, Peter. Du steckst hier mit dem Fest, Can I say? Oh, der denn, da ist er ja. Bitte sehr. Danke. Geht es hier weiter? Ich glaube, da geht es nicht weiter, Leute, ne? Ah ja, zwischendurch muss man auch schon mal umdrehen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Sind sie in die Amtrak-Ecke, oder was? Ja. Challenger. Setz mal hier vorne auf das erste Viereck, ne Platte drauf. Damit man nen besseren Start hat. Was für ein Bambi läuft in die falsche Richtung. Achso, ja, ja, genau. Moment, ja. Ich komme nicht mehr raus. Äh. Alter, Timmy, wir sind das letzte. Gib Kette. Ja. Guck mal, da sind halt, kommen sie wieder zurückgelaufen. Ach gut, Timmy. Nein, jetzt kommt. Nein! Aha. Fuck, ich habe mich zu viel gedreht. Jetzt stellt sich raus, wer mehr Assassin's Creed gespielt hat, wa? Nein, Assassin's Creed war das einfacher. Nein. Oh, fuck. Wir kommen hier nicht zum Schneckentempo, los, los. Bewegung. Hm, danke. Nein. Ja, tut mir leid. Nein. Fuck off. Abhässt euch. Ich gewinne. Okay, und ich möchte noch weiterbauen. So, wo ist er denn? Ah, ich glitch in dieser Scheißwand. Warte, ich muss noch respawnen. Döf, 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 döf. Edward Wolfinger. Ja, du musst erst respawnen machen. Fuck. Was passiert? Jetzt geht's. Das geht gar nicht. Das geht. Was soll die Scheiße? Dankeschön. Ist jetzt noch Thea Sonic? Nein! Ja, bitte. Meine Kacke. Alter. Dankeschön. Meinen Namen merkt man sich. Oh mein Gott. Wir sollten beim nächsten Mal uns hier noch mit so einer ganz, ganz schwachen Pistole oben draufstellen und so ein bisschen Stimmung machen, dass es ein bisschen schneller geht. Ey, Toast, du hast echt ein paar Movement-Kruppel in der Gruppe, ist dir das bewusst? Ich merke es gerade. Applaus. Ich glaube, der Marvin, der macht das gerade nicht schlecht. Ja, jetzt bin ich gerade runtergefallen. Scheiß-Parcours. Marvin? Townsy? Nein. Nicht Marvin. Was rede ich? Doch Marvin. Doch Marvin. Der hat ja gerade gesagt, das ist ein Scheiß-Parcours. Townsy, du hast ja nicht mal Schuhe an hier, da kann das ja auch nichts werden. Aber er hat eine Maske an. Und irgendwo auf der Map liegt sicher Stroh rum. So, das ist dann hier der leichtere Weg, hier lang, oder? Links. Da hat der nächste Abgang gemacht. Weißt du, hier ist schon jeder hier beim Safe-Point angekommen? Nein. Nein. Oh, oh. Soll ich mich vielleicht mal am Anfang hinstellen und da Essen verteilen? Kannst du machen. Ich glaube, ja. Ja. Die Leute verrecken eh alles. Oh nein. Nein. Nein! Nein! Kannst du ihn noch mal teleportieren, Challenger? Ja. Kein Problem. Kannst du ihn runter teleportieren, dann schäbe ich mich am Anfang hin und gib den Leuten da Essen. Ich hab noch eine Plage bei hier oben. Äh, du musst gerade Whisper machen, genau. Sollen wir hier durchkommen? Geh weg da! Wo ist er denn? Geh weg! Hm. So, Toast. Nein! Geh los! Lauf! Nein! Danke! Das ist ver- Soll man da lang kommen? Halt, da haben will. Sind diese Fliegen hier alle wegen den ganzen Leichen? Ja. Hahaha. Problem. Sogar Essen braucht. Ja, ich stehe ja am spawnen. Ich bin in der Wand und kann mich nicht mehr bewegen. Boah, was ist das denn? Boah, endlich bei dieser Toast. Oh nein. Was ist das? Boah, ist der gemein. Der Drops hin und wieder einfach nur. Wenn man aufsteht, fällt man runter? Hahaha. Ja, ist mir eben bei Hinsetzen passiert. Also durch das Haus da durch ist echt Buggy. Ja. Wenn du dich zu weit drehst, fällst du. Also durch die Lagerhalle? Du musst genau mittig gehen. Genau mittig drunter her. Das habe ich ja auch. Also die Person muss genau mittig auf der Wand sein. Scheiße, stimmt echt. Also genau mit der Wand im Schritt oder wie? Die Füße müssen nicht die Wand drunter sein. Nein! Richtig, die Füße müssen genau, also optisch neben den beiden Wänden, also neben der Wand stehen. So, vorne ist momentan... ...Ladwick-Kick. Wenn ich mir nicht... Ich kann es dafür... Yo, Ladwick-Kick. Nein! Auf geht's! Ist schon einer durch das Lagerhaus durch? Nein, du bist momentan hier vorne, also... Dann durch die Tür kommt man nicht, da wagt man runter. Nee, dann stopp. Da kommt man durch. Da kommt er durch, alles rausprobiert. Manchmal muss man ein bisschen schneller versuchen. Manchmal ein bisschen schneller? Dann habe ich es geschafft gehabt. Ah, fuck off. Du musst dir auch gerne erstmal alles angucken, wenn du willst. Aber hier drin ist eigentlich relativ einfach. Wer ist denn da durch? Äh, Ladick-Dick, der guckt sich gerade den Krami an. Gerade runtergefallen. Ich bin Einzelgänger. Jeder hier ist Einzelgänger. Vor allem, weil wir alle gehen. Erste Gänger, Einzelkriecher. Ja, kriechen! Funktioniert auch scheiße. Wacht mal First Person. First Person ist ganz gut. Nee, habe ich probiert. Geht mir voll auf den Sack. Nein! Nein! Warum? Wie läuft der denn jetzt auf einmal? Alter, für euch muss das so lustig zum Zusehen sein. Echt? Ich prob... Bläh, 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 bläh. Super. Ich hoffe, das war ein Knicklicht und keine Granate. Ah, ich hab's jetzt nicht gelegt. Ich will noch brennen. Robert. Entschuldige, Robert. Ja, kommt man doch in der Ecke nicht vorbei. Doch, doch, doch. Kommt man rum. Du darfst halt hinten an einem anderen Tramp kleben, um sich den Platz lassen. Kannst du mal erzählen, wie du willst? Ach du Scheiße. Ja, ich sag' ja, wir haben da ein paar Sadisten am Werk. Noch... Weißt du, was noch schöner wär? Für jedes Mal runterfallen, wird einem Tausender abgezogen. Ich glaub, ein Zehner reicht da. Ja, ich war schon broke. Für jedes Mal runterfallen, einmal minus, ein Respekt. Ich wollte sowieso schon minus Respekt bekommen, genug. Wie das? Roadkill. Oh Gott. Wen hast du geroadkillt? Dafür kriegt man ein Minus? Ja. 1.000 Minus Respekt, 1.000 Minus Pop-Taps. Oh. Echt? Es waren so ein paar Leute, die uns, äh... Unseren Hambi haben wollten. Nein! Ja, aber warum kriegt man dann Minus Respekt? Bei einer Minus. Roadkill. Weil Roadkill nicht so gern gesehen ist, würd ich mal sagen. Weil das Pussykill ist ganz einfach. Oh, jetzt kommt Wain. Achso. Und Hunter HMG nicht. Naja. Überfahren hat nichts mit Skills zu tun. Mit einem schießbaren etwas schießen schon ein bisschen mehr. Ja. Mit 200 Schuss. Ach. Na gut. Na ja, dann würd ich ja jetzt sagen, mit Paketenwerfer ist auch low. Ne, Paketenwerfer brauchst du schon. Musst du zumindest irgendwie treffen. Na gut, mit Hunter HMG musst du auch treffen. Ja, einen Schuss. Ja, es gibt auch Leute, die können nicht so gut treffen. Echt? Weil dann ein ganzes Magazin da war. Parabelbeispiel bin ich. Irgendeine trifft schon. Irgendeine von 200 Schuss trifft immer. Ja. Wer Hunter HMG hat und irgendeine von 200 Schuss trifft. Es gibt auch viele Leute, die sitzen irgendwie in einem Panzer oder sonst irgendwas als Schütze drinnen und überall laufen Feinde rum und der sieht keinen. Ja. Bang. Was? Nein. Das ist auch schön. Oder hinter einer Wand. Wie ist bei meinen Grayface? Nein. Nein. Aber es gibt auch ein paar Kandidaten, die öfter sterben, oder? Die Plastikflaschen bitte nicht abschmeißen, sondern schön mir wieder geht, ne? Ja. Ich gucke nicht, Chef. Bist du jetzt schon Pfandflaschen? Alter, ist lecker. Haben wir jetzt schon Pfandflaschen. Wir kommen jetzt nach der Lagerhalle weitermachen. Ist schon wieder hinter? Ne, Michael will noch mal über die... äh... Sackgaffnummer gehen. Wir sind ja eigentlich. Vielleicht soll ich noch ein paar Tage brauchen. Ist jetzt noch niemand durch die Lagerhalle gekommen? Nein. Nein. Keiner los. Schauen sie. Und wenn man es schafft rüber zu springen von der Sackgasse? Ich sehe den Namen nicht. Das kannst du machen, wenn ich fast. Schieß mal an den Kopf, Sarah. Ich habe das Gefühl, das schafft man nicht. Wo ist der Checkpoint? Woanders. Hinter der Lagerhalle. Hinter der Lagerhalle. Hinter der Lagerhalle. Die Lagerhalle ist, glaube ich, das letzte krasse Hindernis vor dem Checkpoint. Ja, war jeder da durch? Nein. Wirds nachher leichter? Ey, Laura. Im Prinzip ja. Ja. Genau. Das ist lustiger, sagen wir mal so. Ich bin hier in der Lagerhalle. Ah, fuck you. Hier war es mal. Hier am Fließband runterfällt. Es ist einfach nur so, es ist so ein Rattenspiel irgendwie. Also wenn ihr um 21 Uhr und nicht 10% der Leute durch ist, löschen wir mal die Lagerhalle. Nein. Also First Person geht echt besser. Da komme ich direkt auf Anlieb. Echt? Ja. Also. Gehst du oder läufst du? Du gehst, oder? Hier, ganz normal. Ja, du bist eh der Atmen im Suit da vorne, oder? Ja. Ne, ne, das bin ich gerade mit der Lagerhalle. Ich brauche hier mit dem grünen Suit rum, wenn wir mal anfangen und bleib doch hier und dann hier immer so zum Wasser verteilen. Essen. Ja, da die alle so oft sterben. Ja, das ist ne Sackgasse hier, da ist ne Sackgasse. Das ist ne Sackgasse, Jungs. Bis ich bei der, bei dem Ding verdurste. Hier geht's nicht lang, ohne Witz. Ist das schon ein paar Mal gestorben wahrscheinlich. Mensch Leute, wie lang braucht'n ihr? Hast du nicht gedacht, dass das so lange dauert? Ist das so schwierig baut da? Ja, unsere Movements. Oh mein Gott, Mann. Ist das möglich? Wann braucht man das eigentlich in Arma? Gar nicht. Was braucht man? Doch, wenn ein Profi Gletscher werden will. Genau hier, für braucht man's. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Ja, das sind die Strafejumper, weißt du. Das ist ein Event, das ist nix. Wie, bist du jetzt durchgekommen? Ja, ja, ich bin durchgekommen. Events wären ja langweilig, wenn's dauernd irgendwas wäre, was man eh dauernd in Arma macht. Eben. Und sowas ist mal wieder was Neues hier, oder seht ihr das anders? Nein, ich find das lustig. Ich find's gut, aber grad irgendwie nicht. Minecraft-Style hier. Parcours. Es ist frustrierend, aber lustig. Das hier ist ein bisschen zu eng. Ich müsste bei so'n Strichliste führen, wie viele Leute hier ständig vorbeikommen. Wo, 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 wo. Ich müsste echt... Ah. Fuck. Ich wollt grad sagen, ich bin über meine Has-Ecke drüber, aber... Ja. Deine Has-Ecke. Meine Has-Ecke. Vorhin, ich hab's weiter vorne. Ja, könnt ihr da irgendwie noch nen Durchgang zusammenbringen, dass man von der Mitte nicht immer außenrum läuft? Challenger, kannst du mir mal Baurechte geben für die beiden Gebiete hier? Oh Gott, wo mag ich denn jetzt gerade? Oh Gott. Sieht richtig aus. Bitte sehr. Ist das für beides? Äh, das ist nur ein Gebiet. Und warum steht da hinten nur ne Flagge irgendwo? Nein. Ne, das ist nur eine Gebiete. Ich hab's brauchen TP. Schon wieder. Äh, Graveface. Was machst du denn? Haha. Äh, wo bist du denn? Ja. Ja. Rame, bist du durch die Halle durch? Ja. Soll ich auch noch mal den Leiter hinsetzen, hier? Ne, ne, ich nehm von den anderen Seite die Leiter. Fuck. Wer rennt da eigentlich in voller Ausrüstung rum? Oder voller Ausrüstung. Wer mit Leidungser hier? Night Vision und mit Night Vision und Tank Leidung. Ja, das bin ich hier. So hoch. Kleiner Klammert. Oder... Verdammt. Das, in dieser Ecke stürmen sich auch schon die Leichen, oder? Ist auch bestimmt, ne? Fahnsinn, geh mal ne Hocke, versuch mal, dann geht's vielleicht besser. So, move da. Wie sieht denn... Siehst du deine Füße ein bisschen besser? Macht ihr das echt alle First Person? Ich. Nö, Sir, First Person mach ich gerade. Wenn du, wenn's denn in der Hocke bist und den Kopf drüber hast, geht's halbwegs. Ich bin oben? Hey. 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 Moment, was noch mal machen? Dann sind wir wieder der Minecraft-Style, ne? Ist das im Kletterpark auch der, an dem die Leute immer aufgehalten werden, oder was? Warum ist da jetzt aber? Alter. Ja, jetzt kann ich mich bewegen. Wenn mich wer fragt, was hast du letztens in Amazon gemacht? Ich bin auf den Boren entlang gelaufen. Warum bin ich gerade nahe links? Nein. Oh. Du bist schon ungefähr beim Lagerhaus durchgekommen? Nein. Ich bin eben einmal durchgekommen. Ich bin durchgegangen, Mark. Da bin ich... Auf der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Habe ich noch mal was verändert hinten hinter? Schwerer gemacht, ne? Nee, ein bisschen einfacher gemacht, weil es nämlich zu schwer war. Oh, ich werd zu langweilig auf der... Möchtest du zugucken, Brain? Nö, nö. Oder kurz Pause machen. Dann kannst du auch... Dann sei, ich krieg nachher wieder los. Brain macht jetzt einen Schlachtplan. Kannst du auch oben... Oben auf das... Auf die Zuschauertribüne da drauf, wenn du willst. Nö. Und von oben das kannst du angucken. Weißt du aber, wo ungefähr der Schwerpunkt von dem scheiß Charakter ist? Bitte. Mittig. Ach, ne. Er liegt hier oben. Ah, ein Modern Stairs Kit. Kann ich nicht anstecken. Kann ich nicht anstecken. Wetten, ich bin jetzt in der scheiß Sackgasse. Ist jetzt noch keiner durch durch die Lagerhalle? Nein, das ist... Challenger, willst du das vielleicht ein bisschen leichter machen? Ja. Sonst sitzen wir hier oben, äh, restart noch. Gut, dann machen wir mal kurz eine kleine Änderung. Äh... Jetzt wo ich runtergefallen bin, ja. Genau, jetzt wo ich runtergefallen bin. Okay, ich fang grad bei der Lagerhalle an. So, Edward, kriegt das Edward hin? Nein, nein, ich krieg das nicht hin. Wenn ich euch meinen Tipp gebe, ihr müsst ein bisschen zügiger da durchgehen. Ja, schreibe auch einfach die Lagerhalle. Bist du behindert. So, mit mal weiter. So, mit mal weiter. So, mit mal weiter, ja. Kannst du irgendeinem Channel im Penetrator nicht rauchen? Ah! Der schießt mir. Oder darf ich mir hier öffentlich eine anzünden? Mach du mal. Offenes Licht ist verbunden. Ist schon weg. Ist kein Licht, ist Feuer. No shit. Ich war schon fast... Ja. Jetzt kommt er auf jeden Fall gerade rein in die ganze Sache da. Ja, das mit dem Schiefer... Müsst nicht um die Ecke. Jedenfalls nicht die Ecke. Oh nein. Das klingt schon so diabolisch. Oh. Lass wir die Tür, ist noch im Weg. Oh fuck. Alter, hier staut sie sich auch, oder? Ja. Mit vier von fünf Leuten von uns. Moment. Bloody, warte mal. Warte mal, warte mal. Ist ja unfair. Ist doch ein unfair. Wir können uns ja eh nicht helfen, oder sollen wir uns ne Brücke bauen? Ja. Na komm rüber, Alter. Challenger hast du Zeit? Ja. Komm mal her, zu mir. Fotig mal zu mir. Ja. Mach mal hier noch ne Treppe hoch, bitte. Okay. Ähm. Nein. Lady, geh mal raus da, bitte. Ja. Endlich. Ne Treppe. Die Tür ist immer noch am Weg. Hey. Die Tür funktioniert nicht da. Die Tür drückt die Leute runter. Ah, und ihr hattet in der Mitte ne Leiter an der Stehre... Äh. Treppe gemacht. Danke auch. Also wer immer da jetzt ist, der zweite ist durch. Echt? Ja. Der erste ist durch. Der war schon beim letzten Level nicht schlecht. Der zweite ist durch. Der letzte ist auch durch. Genau. Greyface ist durch. Ach. Ach du... Klingt zu, als würde es immer leichter werden. Ne, ich glaub die haben einfach nur mehr Movement Skill als wir. Nix. Oder halten die Fresse und konzentrieren sich besser, das geht auch. Ja, wie man sieht. Hört. Weil wenn man da drinnen runterfällt, kommst du nicht raus, weil er vor der Schlange steht. Mann, Leute, wir müssten ein bisschen zügiger gehen, das geht auch. Ah ja, hier kommt, hier kommt. Vertraut dem Meister. Ja. Hier kommt. Äh... Oh, uh. Runtergeworfen. Warte, warte, das tauen sie? Ja, das tauen sie. Ah. Bah. Leck, leck doch. Ey, leck, leck meine Kramer ist ne Bitch, ne? Lippchen Film. Ich glaub, ich mach das hier mit dem einen Ausgang auch mal nochmal ein bisschen breiter. Will das irgendwer aufnehmen oder streamen? Bitte, von oben. Einfach nur so. Leute, wer springt hier auf mich auf? Du Arsch. Das ist auch so richtig, richtig behindert gebaut hier. Wenn man da in der Mitte ist, kommt man auch nicht mehr raus. So ein Sack. So... Bin ich denn da? Schreibe mich dann hier zur Kreuzung, weiß nicht wohin. Nein. Und das war die falsche. Michael, probier's aus. Hä? Du bist genau auf der Kante gewesen, auf der Kreuzung. Lese ich das grad richtig? Da darfst du dich nicht drauf bewegen. Moment, Michael. Nice one, Raymond. Nice one. Der ist ganz zurücklaufen hier, ja? Ja. Schon Leute auf 1,3 Kilometer weg. Ja, nein, aber... Der hat grad geschrieben. Er hat wen gesehen. Ob er ihn wegmachen soll im Gruppenchat und... Ach so. Ich hab mal einfach gesagt, ja man, mach mal. Ich hab nur geglaubt, er ist neben mich und nicht einen Kilometer entfernt. Nee, ist kein Checkpoint. Also kein Safepoint. Ja, aber auf jeden Fall ist das jetzt einfacher für euch. Dann. Jetzt bin ich wieder zurück. Mach noch mehr Platten hin. So. Geh raus. Wenn... Jetzt ist es... Jetzt ist das, äh... Ding hier in das Haus aber wirklich einfach. Na, irgendwo dieses Wort. Narkose. Das ist noch... Ich baue das hier um, damit es nicht sogar so geschissen ist. Ja, warte, 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 warte. Dann... Ich will hier noch... Nee, ich hab's schon fast. Ey, ey. So nebenbei... Ist klar. No, warum? Warum der Sleeping-Werk nicht drin ist? Oder was der überhaupt kann? Ah, jo, Butcher. Kommt, kommt. Ach, sag, kannst du schlafen, ne? Was bringt mir's? Er steht da in der Mitte einfach so rum. Halt drin verbringen. Oh, ich bin grad rejoined. Ich war grad... Dominik, kannst du direkt auch noch, äh... Glaub ich gleich. Warte. Brauch nicht. Willst du zugucken, Dominik? Das könnte er. Nee. Alter, wenn jetzt wieder wer auf den Server kommt, ist. Warum sterben die die ganze Zeit? Ist jetzt überhaupt mal schon mal... Irgendwer jetzt mal durch, da auf der ganzen... Jetzt packt man gegen die Tür, oder was? Warum haben wir ab jetzt die Tür zugemacht? Weil wir... Weil sie weiß. Wollt er nicht durch, oder was? Warte mal, ich brauch mal noch... Warte mal noch kurz, warte mal, warte... Warte, warte, gehen wir mal zurück. Und? Es ist machbar, du los ist nicht... Nein! Boah, Mann, hat die auch nie! Mann, hat die auch nie! In den Fall mehr leckt keiner. Das war die... ... die AI-Base-Rackenswontes. Alter. Hat mich runtergehaut. Hat mich runtergehaut. Ja, da hat jeder gelegt... ... die AI-Base. Ja, ja. Mich hat's runter dabei geworfen, weil... ... der vor mir gelegt ist. AI-Base macht einfach immer nur Probleme Warum habt ihr eigentlich die Dings So nah an die AI-Base Hoi Junge Alter Warum springen die Leute von der Baustelle bitte auf die Maul Auf den Weg Na kurz, ich pflanze jetzt mal ein Floor hin Nein, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht Ich fliege, ich fliege Ich bin dafür, dass wir nach der Lagerhalle anfangen dürfen Jetzt sind die ersten drei schon durch Ja, im Winkelzug Ob es hochreportet wird Alter, will ich jetzt wirklich dich da rollen? Alter, ich kann den Anfang fast auswendig Ich kann den auswendig Ja, ich war nicht weit genug Jetzt Ich renne ihn zwar oft, aber irgendwie scheiße Ich glaube das Ende ist nicht mehr so schwer, würde ich mal sagen Ne, das Ende ist einfach einfacher, vor allem mit dem Safe Point Wer ist denn da? Scuba? Sollte ich gerade, also geht ja Nein Geht schon Ich wette, ich bin letzter Lothar, Sonic, warte mal Ich müsste Mathepet werden Komm nicht raus Bitte Namen schreiben Genau, einfach Chat Ne, du musst respawn auch hier, okay, ne? Ja Oh, Sarah zählt immer mit Waffen auf mich, ne? Richtig schlimm Solange sie dich nicht durch den Stein erschießt Auf mich nicht Boah, was ist siebzig denn? Denkt gerade, ich habe keinen God-Mode, so wie ihr Toast, Toast, Sarah auch nicht Achso Nicht auf die Österreicher losgehen, wir sind so wenige auf dem Server Ja, das ist hier schon, deswegen heißt ja auch Deutsch-Österreichische Faltation, der Die Gruppe, DÖV Ja Weil wir auch erstens, weil wir DÖV sind allesamt Ich glaube, daran liegt's Ja Oh ja, ich bin überliebt Oh mein Gott Alter Ich werde jetzt eine Woche lang keine Holzwände und Salz mehr sehen können Ich sehe nichts anderes Ey, da kommen die Ersten Äh, das ist, die Ersten sind schon durch, da kommen die Nächsten Ja, aber noch keiner ist am Checkpoint angekommen Pick den Pass auf, jetzt erschießt den, dann bitte ganz schnell den Ersten hier Äh, sollte man vielleicht aufschreiben, wer so alles hier durchkommt Ich weiß doch nicht, dass einer sich mal so hier rein holt Einfach mal so Da Weil ihr uns Ja, aber die kann doch die Namen gar nicht sehen Ja, aber du, du siehst ja, wenn die ankommen, die können nur von, von hier vorne hochrennen Boah, hier gibt's auch schon Also die müssen hier komplett rumrennen Nee, wenn ich da hinten runterfalle Vertrauen Ja, komm, einmal geht er doch wohl Also der Erste, der durch ist, der darf nicht Da hinten steht nämlich schon so einer Der wartet nur darauf, dass sie die Ersten sind Und dann kommt er hier heimlich hochgerannt Zehn Flaschen Bier ist ein Tod Nee, nee, nee Ingame meine ich so Ja Guck dir das Scope von Sarah an Die hat da ein Auge drauf Ganz ehrlich Du kannst dich doch ingame auch zu Tode so ver Boah, wer ist denn da gerade direkt vor dem Checkpoint runtergefallen Hier bist du zu essen Hier ist einer schon auf dem Checkpoint angekommen Ja, lass schon Neein Und Michael Und auch der Neubelskerl Oh, jawoll Erstmal am Treiben werden Dann runterfallen Also ich würde weitermachen Statt im Kreis zu rennen Ehrlich gesagt Oh nein Der PC schmiert ab von Robert Bis wenn er gewinnt Ich möchte nur zeigen, dass es geht Das war Robert Wer ist denn hier der erste? Äh, La Stressa, glaube Äh, ja La Stressa und Michael Jetzt kommt die Qual der Wahl Welche Kreuzungen nimmt man? Und welche nehmen sie? Uh Welche ist die Richtige? Ich sag mal so Schwierig Alles ist richtig Oh, jetzt noch weggekommen Ob du wieder zurückgehen musst, ist ja nie eine andere Frage Halt euch einfach mal auf Ich muss sagen, einer rechts Ja, recht lang geht nicht Ja, recht lang ist wieder ein Haus Der Eckenjagd Ja, portet mich auch kurz auf die Plattform drauf Oh, scheiße Gehen alle links lang, du? Ich glaube, es ist leider gar nicht Ich glaube, es ist leider gar nicht Oh, nee Der erste geht rechts Ach, leck mich doch So So Auch nochmal gerade Gut Da braucht jemand TV, liest du das? Jo Zwei Sekunden Gott Ach, tier sonnig, du bist das Nein, die heilige Scheiße, Mann Geht es bei euch weiter, links? Tier sonnig Tier sonnig Ich glaube, im nächsten Jahr sollten wir vielleicht einen Checkpoint mehr einbasteln, oder? Ja Vielleicht nochmal einmal vor der Lagerhalle Ja 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 Könnte auch jetzt noch von hier Nö, 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 nö Das wäre ja unfair den ersten gegenüber Ach ja, wie sieht es eigentlich aus da vorne? Ich flippe aus Äh, Lars Stresser hat gerade wieder runtergefallen Ja, ich auch Ja Ja Äh, das brauchen wir mal gar nicht, wenn wir mal irgendein Gewehr mit uns kauft wird, ich möchte mal ein bisschen... Das ist ja, das ist ja der Checkpoint Das, was ist? Alter, warum rutschen wir da immer runter? Krissi nicht Boah, Haldi Schwitzig Was? Ach, ist hier ein Checkpoint, oder was? Oder schittest du Feder? Nein, da war eine Leiter, er ist herwürdig und ich bin hochgegangen Ist ja echt ein Checkpoint? Ja, für die, die hier hinten wieder runterfallen Die Feder ist hier hochgegangen und hat hier weitergemacht Oh mein Gott Ja, wenn deine Treppe ist, geh ich da hoch Sarah, komm mal ey mit der Kniffte, du musst dich ja, damit die Feder nicht hochgeht Nein, nein, können sie ja, die, die hier im inneren Kreis sind, die können dann hier wieder weiter starten Ja, aber die können dann von hier wieder starten, denn dann müssten alle von hier wieder starten können Nö, nö, wenn du nach außen fällst, musst du von hinten wieder starten Ist hier ein Checkpoint, oder was? Bist ja unfair Das gibt's doch nicht Das ist so unfair, du, du kannst es ja nicht beeinflussen, wenn du ein Ding für rechts fällst Ja, genau so sieht's aus, deswegen sollte man auch nicht die, wenn sie reinfallen, bevorzugen im Gegensatz zu denen, die nach außen fallen Weil man es nicht beeinflussen kann Kann da auch eine Leiter hinbasteln noch Nee, Moment, gut, wenn der Kohl das möchte Na, wenn, dann musst du überall eine Leiter hinbauen, weil jetzt kommen sie ja nicht mehr raus Nö, nö, doch, doch, ich kann ja oben drüber gehen Um drüber, klar Oh, Checkpoint Oh, es kommen immer mehr hier durch Mach mal jetzt hier eine Leiter hinbauen Da, wo du bist, da muss ich hoch Nein, runterspringen ist auch nicht, Feder Oh, und dann musst du jetzt hier unten drunter herkriechen Ja, das ist ja mal interessant Jetzt wird's jetzt mal spannend Feder, du musst da hinten hoch Jaaa Ah Jetzt ist eigentlich da hinten am Anfang noch raus Jetzt musst du da durchkriechen Ja, jetzt wird's spannend Der weg zu oben Das ist ja auch Stab Das sind ja die ganzen döbs eigentlich Ey, nicht von hier oben anfangen Ich bin grad im Lagerhaus 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 Das ist nur ein Ü- nur ein Übergang hier Ja, aber auf der rechten Seite kommt man immer durch jetzt Ha, Ha, Feda Du bachst gleich zum Lagerhaus Nein! Mach doch! Ich glaube, das mach ich mal ein bisschen über. Nein! Ich wollte da gerade rauf. Nein! Nein, 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 nicht hier. Setz mal hier eine halbe bis hin und dann löscht die ganze und dann kann man unten durchkrauchen. Nice one. Hast du gehört? Niemals hier eine Pyramide. Nee, Feder versucht dann immer wieder runter. Feder der Sack versucht immer von hier zu starten. Achso, ja genau. Deswegen lässt du hier eine halbe hin machen, damit man... Hier um das System auszunutzen. Doch, du bist hier um das System auszunutzen. Genau, das ist auch schlimmer. Ey Torst. Das waren zu hohe Grafikanforderungen für meinen Rechner. Der ist mir abgeschmiert. Nur gar nicht mal so schwer. Das Lagerhaus wäre immer drin. Das ist doch voll easy. Ja, wenn man den vor... vor dem Lagerhaus anfangen kannst schon. Das kann man doch nicht durch. Ey, bin für dich und jetzt. Was wär's für dich? So, ja. La Strasser, kannst du hier... kannst du mal reingehen. Ah ne. La Dick Dick und Michael sind durch. Ach, der hat doch gesheatet. Die können durchgehen, ne? Bin ich jetzt drin oder was? Ja, ja. Haben wir gewonnen? Ja. La Dick Dick war erster und Michael zweiter. Jupp. Wir kriegen jetzt eine Flasche Wasser von mir. Ja, und wo können wir jetzt? War nicht vorher schon irgendwer durch? Nein. Achso. Die waren nur Lagerhaus durch. Ich dachte komplett. Was ist, wenn man sich irgendwo reinbarkt? Oh nein, das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Aber ihr könnt ruhig weitermachen. Es gibt noch dritten Platz und so. Mal sagen, es gibt auch für... Also alle, die durchkommen, kriegen was. Ja, wenn's mein PC da barkt, auf alle Fälle. Versuch ich das, oder? Bis um 10 Uhr habt ihr Zeit. Oh Gott. Danke. Dann stürzt mir so vorher der Rechner noch einmal ab. Ach, Hilfe. Was? Was ist das? Komm, meinst du nicht vor der Lagerhalle anfangen? Was ist das? Kann mich einer zum Checkpoint tp'n? Zum Checkpoint nicht. Das muss Sarah machen. Ich stecke in einem Mundstoff fest. Sie kommen vor mit Malte. Wer ist Bedürf der Vorderste? Malte. Malte ist ich, glaube. Ja, ich bin Malte. Wer ist Bedürf der Vorderste? Keine Ahnung. Das gibt's nicht. Wieso? Nein. Das ist unfair. Typisch Armat-Logik. Das ist alles möglich. Das macht, finde ich, Sau-Laune. Finde ich auch. Ich finde das ist anstrengend. Jeder, der durchkommt, kriegt ein kleines Tod. Aber von Nachts auf jeden Fall. Hätte er geschossen. Ach, Sarah, die spielt wieder rum. Also, Peter möchte tp'd werden. Wann legst du sich endlich ein neues Hetzel zu? Äh. Nein. Wo ist denn Peter überhaupt? Wer will schicken? Da oben. Soll ich mal vor's Lagerhaus ne... Treppe hinterlassen, oder? Den letzten Meter. Und weil er da hinten ist, sheetet er, oder wie? Pah, der Feder, ja, ja. Hä? Ers geschafft. Die wollen's ja leider. Ja, da kommt schon, glaub ich, Kandidat Nummer 3 an. Wenn er jetzt runterfällt. Ja, ey, von der Gefallen. Guck mal, Junge. Ich würd mir so in den Arsch beißen. Ich, äh, ich zieh nicht grad hier. Guck mal hier, wie die jetzt alle hier ankommen und hier hoch wollen, ihr Schweine. So, ich komm jetzt wieder drauf. Der Robert ist wieder da. Robert! Der Robert! Bin ich echt der Einzige am Test, der so heißt? Das ist scheiße. Ach, komm. Macht keinen Spaß mehr bei mir. Keine Frage, wieso darf der dann mit der Treppe hoch? Weil der erst der Checkpoint ist, wahrscheinlich. Der war nicht beim Checkpoint. Wer? Der, der jetzt da kriecht. Auf dieser Platte und jetzt weg geht. Und kriecht und wieder kriecht. Egal. Er wird schon wissen, was er tut. Wenigstens müssen wir uns nicht mehr mit Shotguns in die Fresse schießen. Fand ich viel amüsanter als das hier. Ja, fand ich auch total amüsant mit ner Scheiß Shotgun in der auf der Map spüren. Weißt du, wie gut die Shotgun ist, ey? Ich hasste sie. Ich hasste sie. Ich hasste sie über die Fresse. Äh, Theatonic, du hängst da fest, oder? Nein, nein. Das geht schon. Hätte Brain noch seine alte Base, hätten wir am Bootsrennen machen können. Das wär auch geil. Na Brain, musst du wieder aufbauen. Komplett so wie es war. Wir könnten auch mal Mario Kart spielen. Oder... Ja, wobei... Oh, Feder, die alte... die alte Kart-Rindstrecke am R-Field für hinstellen. Ja. So, Peter, schon wieder? Oh, Mensch, Peter! So, jetzt bin ich mal wieder gespawnt. Und es regnet. So. Ist ja das ganze Holz so rutschig. Ist ja unfair. Rutscht nur mit einem Fuß auf die eine Sätze, mein anderer auf die andere und ist kastriert. Eine verfickte Treppe nach dem Lagerhaus. Wie, ist immer noch einer beim Lagerhaus? Ja, ja, da sind dann noch drei, vier Leute dahinten. Für 5.000 Pop-Tabs wirft das zum nächsten Checkpoint. Ah Gott! Welcher ist die richtige, rechts oder links? Das musst du selber rausfinden. Alles! Ich nehm links. Fail! Ich wusste, Scuba ist wieder soweit, dass er im Haus ist. Ich muss doch alle... Kommt er durch? Das ist die Frage. Nein! Moment, ich zieh dich wieder nach vorne hin. Das ist die Frage. Hm... Ist das Admin-Tool das selbe Admin-Tool? Ist das so graues... Graues... Interface mit... blauem Balken oben drüber? Oder ist das ein anderes Admin-Tool? Ja... Und wie ist er? Wer stellt's denn hier auf die Leute am Kopf zu? Ich? Das ist Brain. Ah, okay. Oh, okay. Wieso sieht er eigentlich immer ständig, wer es ist? Dann wird's gar nicht auszeigt. Admin-Tool, Player-Marke, oder? Ja... Ja, okay. Hat Vorteile, wenn man mal seinen eigenen Server hatte. Dann weiß man das wenigstens. Wieso? Komm, ich schaff's jetzt ins Lagerhaus rein. Ich bin übrigens schon durch. Warum geht eigentlich keiner hier mal einen schönen Zickzack-Weg? Doch, äh... Michael ist schon lange gegangen. Nein! Hat das Ende geschafft mit dem Springen? Ich hab's, ich hab's nicht mitgelegt. Ja, aber anscheinend ja, ne? Aber anscheinend hat geklappt, aber erst zweiten Anlauf. Haha, wir haben's Hundchen bekommen. Ja. Oh, da brauch ich schon wieder jemand. Oh, Gladi hat jetzt gute Chancen. Komm. An sich da sicher. Okay, da scheint der nächste gleich schon da zu sein. So, ich gebe auf, brauchst mich nicht mehr zurückteleportieren. Okay. So, wo ist's denn hier? So, Scuba, soll der wieder gut sein? Ich glaub schon. Okay. Was, Bloody Night? In Ernst? Ja. Das war doch die einfachste Stelle da jetzt mit. Oh, der dritte kommt. Oh, 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 oh. Und, 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 und. Rommelnwirbel. Oh, oh, der dritte ist da. Hey Leute, geht mal weg hier von meiner Leiter. Da sind die anderen beiden Feder und? Äh, das bin ich noch. Sarah hat das beim ersten Durchlauf geschafft, wo wir's vorhin getestet haben, ja? Ja. Die ist sich einmal runtergefallen. Mood, aim. ESP, alles. Nee, hat's auch eigentlich. Okay. 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 Vielen Dank.